Er will seine Familie schützen. Deswegen baut Tarek Mahmoud einen Bunker. Er lebt im Nilemtal, im pakistanischen Teil der Unruheregion Kaschmir, nahe der Linie, die de facto die Grenze zu Indien markiert. Zuletzt hat es wieder vermehrt Schüsse gegeben von beiden Seiten. Dabei wurden auch Zivilisten getötet. Die Leute haben wirklich Angst seit dem Ausbruch der neuen Gewalt. Wir bauen diesen Bunker, um unsere Kinder zu schützen. Kaschmir ist seit dem Ende der britischen Kolonialherrschaft 1947 ein Zankapfel zwischen Indien und Pakistan. Beide Länder erheben Anspruch auf die Region, und zwar auf die gesamte. Zwei Kriege haben sie deswegen schon gegeneinander geführt. Nach einer Phase der relativen Ruhe gibt es nun wieder ein- oder zweimal in der Woche Gefechte, erzählen die Menschen hier. Sie sprechen von Angst. Wir sind dem Tode nahe, wenn wir eine Explosion hören. Wir decken unsere Kinder mit Decken und Kleidern ab, um den Lärm zu mindern. Und wir bemühen uns, nicht in Panik zu geraten. Hunderte Familien bauen derzeit nach offiziellen Angaben einen Schutzunterschlupf. Manche zahlen umgerechnet mehrere tausend Euro. Das ist mehr, als sie für den Bau eines Lehmhauses ausgeben müssten. Für die Handwerker in der Region ist das ein gutes Geschäft. Für die Familien geht es ums reine Überleben. Ich bin der Worte. 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 Vielen Dank.